Man kann damit betrügen oder betrügen, um es zu bekommen. Die Geschichte ist voll mit Erzählungen über Menschen, welche die schönste Nebensache der Welt benutzten, um Macht zu bekommen oder zu erhalten, die betrogen und getäuscht oder ihre Macht missbraucht haben, um jemanden dorthin zu bekommen, wo man ihn oder sie haben will. Es gibt so viele berühmte Fälle von Ehebruch und anderen Schweinereien, dass ich mehrere Videos und eine eigene Playlist dazu machen musste. Also abonniere gerne kostenlos diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keines meiner Videos. Und mit diesem Video geht's nach dem Intro los. Der römische General Marcus Licinius Crassus sah sich im alten Rom einer schweren Anschuldigung ausgesetzt, weil er angeblich eine verbotene Beziehung mit der Vestalin Licinia hatte. Vestalinen waren Priesterinnen, die sich für 30 Jahre zum Zölibat verpflichtet hatten, wodurch solche Beziehungen verboten waren. Erschwerend kam hinzu, dass Licinia nicht irgendeine Jungfrau war, sondern die Cousine von Crassus, was den Anschuldigungen eine skandalöse Wendung gab. Um einer Bestrafung zu entgehen, behauptete Crassus, er sei lediglich daran interessiert gewesen, Licinius luxuriöse Villa zu erwerben, nicht aber an einer romantischen Beziehung mit ihr. Überraschenderweise wurde seine Erklärung akzeptiert, sodass der General freigesprochen und die Vestalin befreit wurde. Ilagabalus bestieg das Amt des römischen Kaisers, als er noch ein Teenager war. Sein jugendliches Äußeres verbarg jedoch seine Verachtung für römische religiöse Bräuche und sexuelle Grenzen. Er heiratete nicht nur vier Frauen, sondern ließ sich auch auf zahlreiche außerehrliche Affären ein und hatte zahlreiche männliche Liebhaber unter seinen Höflingen. Es kursierten sogar Gerüchte, dass er sich Prostituierte, Make-up und Perücken trug und es vorzog, mit Dame statt mit Herr angesprochen zu werden. Erstaunlicherweise geschah dies alles vor seinem 18. Geburtstag. Ilagabalus' Sturz war dramatisch, denn er wurde zusammen mit seiner Mutter von Mitgliedern der Praetorianer-Garde ermordet und machte damit seinem Cousin Severus Alexander Platz. Caligula, der berüchtigte römische Kaiser, der von 37 bis 41 nach Christus regierte, war für seine sexuelle Dekadenz berüchtigt. Seine Herrschaft war geprägt von extremer Grausamkeit und extravaganten Ausschweifungen. Caligula unterhielt inzestuöse Beziehungen zu seinen drei Schwestern Agrippina der Jüngeren, Drusilla und Livia und bot sie schamlos anderen Männern an. Seine skandalösen Taten erstreckten sich auf zahlreiche Affären sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Liebhabern. Laut den Historikern Suetonius und Cassius Dio versuchte Caligula sogar, seinen Palast in ein Bordell zu verwandeln, um seine Ausschweifungen zu demonstrieren. Das Leben dieses tyrannischen Kaisers fand ein gewaltsames Ende, als er von Offizieren der Praetorianer-Garde ermordet wurde. Das war es für diese Folge. Wenn dich diese Geschichten interessieren, dann vergiss nicht zu abonnieren und ich sage danke bis zum nächsten Video.